Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu City Skylines. In der Folge würde ich sagen, kümmern wir uns mal um diesen Knotenpunkt. Erstens zu erweitern, zweitens zu verändern und drittens den Anschluss von diesem Prachtstück jetzt endlich zu planen. Dafür müssen wir erstmal alles in der Umgebung abreißen. Das können wir doch am besten kaputt machen. Jetzt müssen wir weiter mit dem A30. Genauso die Tunnels. Und jetzt Autobahnkreuz. Kann man das ein bisschen drehen? So. Wenn ich jetzt wüsste, welche Richtung geht, dann wäre das praktisch. So ungefähr würde ich mal sagen. Gucken wir kurz mal in den Tunnel rein. Wie es da unten ausschaut, das wäre nicht schlau zu wissen. Ja, ich habe doch relativ gut getroffen. Nein, nicht ausbauen. Abriss. So, und jetzt hat, kann man nämlich dann hier sagen, wir können hier die Nummer lauter übernehmen. So, angeschlossen. Angeschlossen und auch angeschlossen. Jetzt müsste das sich ja direkt ganz schnell anpassen. Dann legen wir mal auf die schnelle Fahre. So. Und was mir gerade auffällt, dass wir die der Fallschirm gebohrt haben, ne? Ne, passt schon. Dann würde ich sagen, reißen wir wieder nach oben bitte die Anschlüsse mal ab. Allgemein, die komplette Straße. Die muss weg. Die gibt jetzt keinen Sinn mehr. Wir gehen hier von der Vorlane dann auf die Freelane hier vorne. Aber die können wir noch ein bisschen umplatzieren, damit das ein bisschen safer ist. So. Schaut doch schon ganz gut aus. Ich mache mal hier noch ein bisschen rumbasteln, sodass das besser ausschaut. Dann kann man hier auch wieder unterirdisch gehen, indem ich sie so mache. Ich will unterirdisch gucken. Geht natürlich nicht. Ah doch, hier, guck mal. Tunnelblick. Wird den hier so ein bisschen nach draußen verschieben. So, ja. Schaut doch schon dementsprechend aus. Perfekt. Dann ist jetzt der Anschluss hier dran, weil natürlich dadurch oder sich hier das auf... Was ist jetzt los? Ah, der schaut sich gerade, weil die so ein bisschen einfädeln wollen. Aber jetzt kann sich hier ganz easy kommen die direkt überall hin. Mit den LKWs. Und das sollte hoffentlich noch ein bisschen mehr Attraktivität bringen mit einer Autobahn. Jetzt kommen wieder zwei. Alter, das geht schon wieder ab hier. Also in der Hochsaison haben die echt ordentlich Passagiere hier. Hier auch wieder die ganzen LKWs, die rein und raus rauschen. Und dann geht halt wieder ein Großteil ist hier hinter. Stellt sich an und zack, geht's weiter. Aber was wir uns dieses Mal kümmern, auch kümmern, ist in unserem schönen Park hier oben. Denn immerhin haben wir ja letztes Mal hier die Plattformen bekommen. Ich würde jetzt erstmal eine hier hinsetzen. Dann eine ich noch hier hin. Ein Zeltplatz. Jetzt gibt's den schon direkt aus der Dose, oder was? Dann würde ich doch hier unten noch ein, zwei Zeltplätze hinsetzen. Also wie gesagt, hier soll jetzt sein, wie groß ist das Gelände nochmal? Das Gelände geht bis hier. Vielleicht sollte ich das mal einzahlen, dann weiß ich ungefähr, bis wohin das geht. Jetzt bräuchte ich aber bitteschön dann auch die Anzeige, ihr Haiopais. Wo ist denn jetzt hier Gelände? Es wird doch sicher eine Gebietsanzeige geben. Da ist natürlich die nicht inbegriffen. Parks. Parkgebiet. So, dankeschön. Dann kann ich nämlich das jetzt abstecken und dann weiß ich, wie groß das aktuell ist. Immerhin, glaube ich, gilt es ja nicht, wenn es außerhalb des Parkgebietes gebaut wird. Oder es wäre scheiße, wenn wir nicht wissen, wie weit wir gerade bauen. Ich bin ein bisschen von mir im an, wie weit wir uns besitzen. Ich bin ein bisschen von mir im ... 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 weiter geht es im parkgelände muss jetzt nicht genau am ganzen als muss man mindestens innerhalb sein das ist jetzt halt der wichtige punkt das ist ja nicht unbedingt heißt dass wir es nicht erweitern können aber das erste brauchen wir mal hier mindestens so eine grobe absteckung wenn wir jetzt sagen wir bauen hier aber wir wissen nicht wo unser gelände lang geht ich will ja wissen wie groß unser park ist das sieht man am besten mit zäunen was er gleich bringt er so wird auch ein bisschen attraktivität wenn du sozusagen abgeschottet ist ein kleines abgeschottet das system ist gleich magtest du spiel auch wenn du sozusagen deine ordnung hält in deinem park bau ich hab jetzt echt immer meine paar abgeschottet gebaut entfernung zu gering das ist wahrscheinlich von der drüben weiter bauen so und eingezäunt ist jetzt haben wir hier außenrum diesen niedlichen holz als die welt hagenau wurde lang läuft hier läuft der zaun lang und soweit können wir auch dementsprechend bauen weil ich würde hier vorne gerne noch was bauen und zwar hier die straße hinsetzen dann wieder so eine aussichtsplattform dran so perfekt so und dann müssen wir jetzt dann kann doch hier bestimmt auch noch mal so eine aussichtsplattform hin dann setzen wir auch noch mal ein paar hin das macht das ganze ja noch sehr viel attraktiver denke ich mal so und ah ich drücke immer irgendwo hin weil ich denke straßenbau muss ich da hin aber nee 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 das muss ja gar nicht sein tun jetzt hier so ein paar straßen hinsetzen da sollen jetzt die zeltgebiete und alles wieder reinkommen zeltgebiete und jetzt auch nicht unbedingt so eng ist upsala das war jetzt eigentlich nicht geplant und jetzt nicht so eng ist er gettet jetzt kann man jetzt zum beispiel hier noch ein paar lager dieses ich kann es auch außerhalb setzen schafft es echt dass ich mich hier komplett daneben baue so hier kommt auch noch einer hin ja also da zu sitzen das ist schon zaubertrick da ist jetzt so die zeltfläche wenn du wirklich im park zelten willst kommst du hier hin ist halt dementsprechend aussehen kann man das abgleichen also geländemäßig so ein bisschen angleichen das war jetzt nicht mein plan mein plan war eigentlich abgleichen also dass das hier so richtig schön glatt wird also ein bisschen stärker dass das gelinde sich jetzt so dementsprechend auch ein bisschen anpasst wieder so ja schon einiges besser jetzt haben die da jetzt ihre zeltplätze wie viel haben wir denn jetzt pro woche 114 das ist doch schon mal um einiges besser was gibt es denn eigentlich noch da was ist das denn ein aussichtstouren angelhütte ich muss ein seeborn dann theoretisch boulderplätze ein auf ein stand montiertes fernrohr ach nee wusste ich gar nicht was bist du ach du bist das boulderplätze du bist jagdhütte jagdhütte campingplatz 1 unterstand aber da wollen schon viele hin das muss man ja auch schon wieder rumlassen was können wir denn noch an der city gerade bauen die wollen wieder ganz viel gewerbe wie weit geht denn der zaun hier bis hier rein theoretisch könnte man hier eine straße abzweigen lassen und hier nochmal gewerbe einziehen machen wir das doch mal ziehen wir noch ein gewerbegebiet ein wenn das die stadt so will dann möge es so sein kriegt ihr noch ein gewerbegebiet ein gewerbegebiet zu meinen füßen dann ist das jetzt hier nochmal ein bisschen gewerbe warte mal hat das wasser das zeug nee jetzt nicht wäre ja auch ein wunder gewesen wenn irgendwas mal wasser gäbe hätte von anfang an so wenn wir ausbahnen haben wir schon mal wasser jetzt kommt hier noch überall gewerbe hin sie haben noch gewerbe verlangt sie kriegen es um nur 9,99 so hier kommt auch noch ein bisschen gewerbe hin so rein theoretisch müsste sich das dann da drüber direkt mit strom verbinden schauen wir mal wie es sich schnell ausweitet um zu sehen ob sich das das bringt oder nicht hoffe ich mal aber rein theoretisch darf da nicht schief laufen ich sehe schon da ist eine ampel wieder gebaut worden ich sehe es am verkehr da passt nicht ich hasse das wenn die überall diese Drecksampeln hin platzieren ja baut weiter dann kriegt ihr da strom rein ihr müsst nur diese ecke hier bauen warum baut ihr auch dort wo kein stromanschluss ist nein ich gebe euch kein strom nein da bin ich strikt dagegen dabei ist man mit den kleinkindern die müssen das lernen also ich schlimm finde halt dass dieses system hier kann ich denen keine direkte auffahrtmöglichkeit geben auf die autobahn das wäre glaube ich prima weil hier staut sich das jetzt die ganze zeit schon und hier staut sich das nach da draußen irgendwie frag mich nicht allerdings wie das geht dass sich das staut ah guck mal jetzt haben wir die unterstände auch schon nice ich würde mal sagen wir tun das hier auf eine zweispur jetzt klingelt das warum klingelt das jetzt so dann tun wir hier noch ausbauen ja das passt und da ich mal denke dass die meisten nach hier wollen tun wir auch gleich mal die seite ausbauen sollte das doch jetzt um einiges an geschwindigkeit erhöhen oder ah nein guck an das dürften die zum beispiel gar nicht hier so hin ja perfekt und jetzt sagen wir denen hier noch dass die richtungspfeile für diese spur können nicht geändert werden weil die spur von hand verbunden ist oh was habe ich denn schon wieder mit hand verbunden ja ich habe schon wieder rumgespielt das kann man zugeben so das kann man rein theoretisch auf der anderen spur auch fahren leute ist extra zweispurig hallo naja aber das war es für diese folge ich hoffe es gefallen wenn ihr ja lasst einen daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder ciao daaah woo everything changes Outro